hallo das ziel von menschliche welt ist die erschaffung einer wahrlich menschlichen gesellschaft das heißt eine gesellschaft in der alle menschen genug zu essen haben und eine gute gesundheitsversorgung bekommen eine gute bildung bekommen wohnraum haben und einen guten arbeitsplatz bekommen eine menschliche welt bedeutet dass sich jeder körperlich geistig und spirituell entfalten kann das heißt die körperlichen fähigkeiten ausdrücken den geist frei ausdrücken wissen erlangen frei und die möglichkeit bekommen das reine bewusstsein das wahre selbst zu erkennen eine menschliche welt bedeutet auch dass die tiere und pflanzen ihrer natur entsprechend leben können und nicht von uns menschen ausgebeutet werden und dass wir unsere erde unserem planeten ehren und ihn reinhalten und die erschaffung einer menschlichen welt beginnt bei uns bei unseren gedanken wir müssen lernen menschlich gütig zu denken an das wohl aller menschen tiere und der natur zu denken und solch eine denkweise bedarf der praxis meditation hilft solch eine denkweise zu fördern deswegen ist meditation ein bestandteil unserer arbeit wir laden dich ein lass uns gemeinsam eine menschliche welt erschaffen wir laden dich ein lass uns gemeinsam eine menschliche welt erschaffen wir laden dich hiteness von euch